Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Willkommen beim Dumbabla zu einer weiteren Folge Dumbabla-Kram, Jumble Bumble. Heute habe ich mir folgendes Spiel vorgenommen, folgendes Spiel. Ich habe ja zu Weihnachten von meiner Schneck folgendes bekommen. Ich war früher einer der größten Halo-Fans auf der ganzen Welt. Ich habe auch die Romane und alle Spiele eben und auf dieser Special Edition sind Halo 1, 2, 3 und 4 jeweils sind da drauf. Überarbeitet und spaschelig und sowas und cool. Ich habe mit Halo 1 schon ein bisschen angefangen, auf Legendär natürlich, wie richtige Männer eben spielen, Junge. Mission 3, die Truth and Reconciliation. Und ich dachte mir, ich mache damit mal einen Dumbabla-Gedöns. Ich habe jetzt bis eben gelernt. Oh mein Gott, das ist das ultradunkle Level. Man kann ja umschalten von der coolen, überarbeiteten Sicht auf. So, ihr kleinen Schisser. BAM! BITCHES! BANG BITCHES! Äh, BAM BITCHES! Das ist so easy, ich kann es nicht glauben! Die Großen sind natürlich nicht so leicht dauernd zu kriegen, das ist klar. Doch. Wie ich eskaliere gerade, wie ich eskaliere gerade. Das ist ja richtig unschön, was ich hier treibe. Guck mal, die kleinen Grunts. Äh, this is so ridiculous. Äh, this is so ridiculous. Äh, okay. Bang. Naaah! Bang. Ich mache immer gute Schüsse. Hey, 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 hey. Was sieht so schick aus? Luckt euch an. Penis-Grafik, man sieht gar nichts. Gute Grafik, man sieht alles. Ja, dann lass mich mal ran hier. Lass mal Papa ran. Geh mal auf der Seite. Hey, quick. Was macht er denn für ein Dance? Und eins. Und zwei. Mh. Äh. Da gibt es nichts richtig, der Kerle. Lass mich jetzt mal, geh weg. Vorsicht, können Sie überall sein. Aber dein Gesicht. Ach, bin der Große und bin da drin? Da war ein Elite drin, ich fass es nicht. Halt. Rennen, renn, renn. Noch ein Elite, bumm. I'm so fucking good, you know? I'm so fucking amazing. Wir stecken mal nochmal ein, hier. Ah, ha, 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 ha. Pew, pew, pew. Hallo, der kleine Sandus, wie geht es euch? Hallo? Hey, ist es wirklich aber schwer? Legendär. Das kommt mir gerade vor wie, wie, wie Pille-Palle. Halt. And you can suck my boss, bitch. So denkt man, er ist voll weit weg und so. Wenn man das hier anmacht, sieht es gar nicht, es ist immer noch genauso weit weg, aber weil hier keine Vegetation und so was ist, sieht es aus, als würde ich direkt in seinem Anus stehen. Ich möchte ihn umknocken, bitte. Einen Nocker, wie, wie nockt man denn nochmal? Auf B, ne? Hoffentlich. Ja, klar, mhm. Bin die Feinde, bin die Feinde, ja, es macht keinen Spaß mehr. Ah, ah. Oh, bin der Elite. Da ist noch ein Roter gelaufen, ihr habt es gesehen. Ich bin nicht blind, Leute, ich bin nicht blind, schreit nicht so. Wir sind bereit zum Vorrücken, sobald wir uns anfordern, Cortana. Ganz ruhig, Cortana, okay? Just drop your clit. Was? Hey, Leute. Ich mag es nicht, wenn ihr so ordinär seid, okay? Sieh, das sind wie die Eier. Ich habe einen guten Plan, wartet mal. Es sah anfangs so gut aus. Wir sind bereit zum Vorrücken, sobald wir uns anfordern, Cortana. Halt die Fresse, ich will jetzt genau, was du sagen willst, ich hab mal nicht mit mir gelöst. Bungert. Pst, 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 pst. Hey, nein. Oh nein, wir wollten nicht entdecken, das sieht nur so aus. Ja. Oh nein, ich hab doch, ich dachte, ich hätte die... Oh, wie kann man Granaten wechseln? Ja, kill mich, du Pisser. Ich wollte eine blaue Granate aufwischen, schmeißen, dass sie schön an seinen Klöten kleben bleibt. Ich schleich jetzt. Ich schleich jetzt. Ja, sie hat mich gesehen, Ficker. Oh. Ja, er macht irgendwas und weicht aus. Er ist einfach ein Dreckarsch. Einmal sterben, bitte. Batsch, sticht. Fresse poliert. Bittes. Oh, ich hab so einen blauen gefickt, einfach so. Das war ziemlich krank, oder? Ihr seid schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Ja, ich seh's. Aber wir haben noch ein bisschen Hemoriden. Ja, hör auf, sie rumzumachen. Ey, ey, ey. Ich hab so Angst vor den Leuten. Ich fass das nicht, gell? Aua. Da. Du verschissener Kongard. Bumm. Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief. Natürlich. Geht ihr mal schön im Arsch poolen? Ja, ich mach das. Chief, wir bleiben zurück, während Sie über die Hucke voll bekommen. Nein. 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 Hat er es gesehen? Ja, klar, wir müssen schießen. So, Leute. Nimm ihr Film. Ey. Du kannst schießen mit der Geschieze. Bootsi, Bootsi. Bootsi, bootsi. Bootsi, bootsi. Guck mal hier, das ist mein Kuckeloch. Hör mal für, warum ich zu schießen, bitte? Gibt es gerade mal in der Hasse? Gleich kommt so ein fetter Angriff, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, die Unsichtbarkeit nehme ich jetzt noch nicht. Hör auf zu schießen, du Arsch. Okay. Oh nein, was ist meine Waffe? Oh nein. No. Oh nein. This is not freaking war, isn't it? No. Nein. Piss dich, du scheiß Geschütze. Ich will meine verkackte Waffe aufheben. Guck weh. Da liegt meine Waffe. Hoffentlich fliegt sie nicht davon. Wow. Was für ein heldenhafter Wurf. Heben ist weggeflogen, meine Waffe. Geht nach da oben. Ich hab's genau gesehen. Waffe? Ah, halt. Penismodus aktiviert. Meine Waffe ist weg. Wir kommen im Hurensohn-Modus, wo man mit Arschloch-Waffen spielt. Aber okay. Na komm, ich nehme mir dann mal einen Nordelwerfer. Hey, 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 hey. Ah, fuck. Ja, bringt mich doch alle um. Hoffentlich war da hinten, wo ich meine Waffe verloren habe. Das ist aber blöd. Das ist ganz schön weit zurückgesetzt. Ich schleiche. Ich will schleichen. Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief. Ja, 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 ich weiß Bescheid. Unsere Nüsse sind gerade auf das Minimalste geschrumpft, Chief. Wir bleiben zurück. Okay. Blauer Mann. Blauer Mann. Blauer Mann. Mondmann. Blauer. Blaue Frau. Flower Power. Wer wartet denn daneben mir durch Scheiße? Wie hört sich das denn an? Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben. Ja.